Kanellas Sailing School Hallo und herzlich willkommen in Kanellas Sailing School. Mein Name ist Sergio Mendiri. Ich bin Kunde von Homespots, der Sport Flatrate und auch von dieser Schule. Was ist Homespots? Das ist ein neues Angebot. Man zahlt eine monatliche Rate und du kannst so viel Equipment mieten und benutzen, wie du willst. Zum Beispiel Windsurf, Paddelsurf, Kitesurf und auch im Winter, Ski, Snow. Ich komme zu dieser Schule, weil sie Teil dieses Netzes sind und weil sie richtig nett sind. Und die haben sehr viel Pro Equipment, das ist Windsurf. Und die Strände hier sind wirklich wild und es gibt wenige Strände in Europa wie diese hier. Ich hoffe ihr habt auch die Möglichkeit hierher zu kommen und das zu geniessen. Ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!